Musik Bewässern müssen wir sie nicht. Okay, gut. Okay. So, hungrig und muss aufs Klo. Oh, guck mal. Oh mein Gott, ist sie knuffig. Juni fühlt sich zu unwohl, um das zu tun. Okay. Kein Unkraut. Diese Pflanze braucht kein Wasser. Oh mein Gott, was süß. Machen wir eine Kuhpflanzenform vielleicht. Oh Mann. Sie wird sich... Oh, Nieb! Nieb! Okay. Was auch immer das gerade war. Was dir nicht passt, ich weiß es nicht. Du machst dir gleich ein Wusselmädchen. Okay. Ja, du fühlst dich nicht wohl. Ich verstehe das. Dann geh aufs Klöchen, Mädel. Dann geh aufs Klöchen. So, man hat noch Zeit... Also, wenn man so dringend auf die Toilette muss, hat man noch Zeit zum Spülen. Sehr gut. Sehr, sehr nice. Und ist sehr tollpatschig. Jetzt muss sie aber dringend. So, dann werden wir... Oh, die fühlt sich immer noch nicht wohl. Meine Kuhpflanze fühlt sich aber auch nicht wohl gleich. Da kam... Klassisches Gemälde. Müll leeren. Und... Die Pflanze braucht kein Wasser. Gartenfähigkeit Level 2. Ei! Super. Dann gehen wir aber... Ähm... Hier... Graben und angeln. Gartenlevel kriegen wir schon noch hin. So, geh angeln. Was haben wir Schönes? Eine Schatzkarte. 80. Das sind wohl ja super. Sonniges Wetter. Ist auch gut. Wieder ein Fisch gefangen. Ein Kaffee. Level 4. Wuhu. Das kann man jetzt noch Schönes machen. Mit Köder angeln. Oh. Mit Köder. Okay, Amy. Äh, Yomi. Deine Kuhpflanze, die braucht bestimmt... Immer noch kein Wasser, okay. So muss sein. Hier, dann tun wir... Ähm, ähm, ähm... Zum Mittagessen. Fertig. So. Die Forelle verkaufen wir. Grapi verkaufen wir. Das Tablet behalten wir immer noch. Kann man ja immer gebrauchen. Verkaufen. 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 hat die feinschmecke kopfigkeit aber super super und danach tun wir nachher was ist ein impressionistisches gemälde weiß zwar nicht was es ist aber mal gucken was da rauskommt ob man da gut geld macht oder nicht da bin ich jetzt gespannt da bin ich jetzt gespannt sieht halt genauso ganz normal aus 120 uhr hier kann wir tun einladen auf akten gründen zu laden sieben da gucken wer zeit hat einladung scott wird gleich da sein super normal wird travis gerade plaudern ist er schon da oh und wer bist du wollte ich vorstellen aber okay da ist ein junger erwachsener und du bist auch ein junger erwachsener über tag träumen über interessen reden tag verschöner und und Schöpfe? Schöpfe? Schöpfe! Was hat er mit meinem Waschbecken gemacht? Oh mein Gott! Dankeschön! Ey! Der ist... Das ist... Es geht gar nicht! So, hier, nach Hause schicken. Dich nach Hause schicken. Darf ich mal erstmal mein Waschbecken reparieren? Na super! Was soll das? Und dann tun wir nochmal ein klassisches Gemälde machen. So, alles super duper mit der Pflanze. Supi! Pflan aufwischen. Rein stampfen. Pflan, warte. Warte, warte. Rein stampfen und dann aufwischen. Und, äh, säubern. Das geht gar nicht. Wie kann einer einfach mein Waschbecken benutzen und es kaputt machen? Geht doch nicht. Das geht echt nicht. Jo, mir hat die folgende Tuning-Teile erhalten. Die werden wir jetzt erstmal sofort verkaufen. 20 Simoleons. Klappt. So, wir haben schon 4.000 von 100. 1.000. Komm immer näher. Wir kommen immer näher mit dem Geld. Oh. Und hier haben wir 1.800. Da brauchen wir 3.000. Wie ist das Wetter? Am Sonntag regnerisch. Ah. Wir werden trotzdem an einem regnerischen Tag joggen gehen. Und Sport treiben. Beziehungsweise einfach mal Sport treiben. Was meinst du? Was meinst du? Sieht aus wie ein Clown. Ich hab Angst vor Clowns. Sieht aus wie ein Clown. Mann. Ist ja echt ein Clown. Oh nein. Nein. Ah. So. 107. So. Kuh, brauchst du jetzt irgendwas? Nein. Braucht immer noch nichts. Oha. Danach gehen wir auf Toilette und schlafen. Schlafen. Toilette und schlafen. Das hört sich immer gut an. Hä? Warum ist hier Wasser? Warum? Hä? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Jetzt wirst du aufwischen. Bist du schon mal reingesprungen? Ich hab's gar nicht gemerkt. Wieso ist da was? Hä? Überall tauchen Pfützen auf. Und ich weiß nicht von woher. Also. Das Haus ist. Hat ein. Ist undicht. Das Haus ist undicht. Oh Mann. Oh Mann. Wieso passiert nichts mit dir? Maaaann. Was auch witzig war. Ich will's gerne wissen. Ich möchte das gerne wissen. Und jetzt is Technik kaputt. Mädel. Warum machst du deine Sachen kaputt? Warum? theoretically wir machen die Sachen kaputt? Ändry... WieHA? Schäm dich Mädchen. FordASS für ein bisschen Design schlafen capacidad. Was fällt eine Szeneei? Sch emphas ist das ganz如果? Reparieren Aufwischen Schnelle Mahlzeit Duschen Okay So, jetzt brauche ich die Gift, die gar nicht gießen, weil es regnet ja Ist noch besser Level 2 der Geschicklichkeitsfähigkeit erreicht Jomi kann jetzt Basisverbesserungen an Sanitärobjekten vornehmen und an Schreinertischmöbel herstellen Sie kann zudem mit anderen Sims über Geschicklichkeiten reden und Tuningteile am Computer kaufen Warte, Schreiner Schreibtisch Das ist eine vulkanische Babyfue-Feuerstelle Aber wo haben wir diesen Schreinertischteil? Hier Schreinertisch Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, wenn wir das hertun, ob wir Auch damit Geld machen können, wenn wir was herstellen Mei, ist das leise hier? Mahlzeit, Amy Hi, hi Äh, Wochen war mehr los Wochen war mehr los Komm schon, Mädchen, beeil dich, du hast Hunger Supi, kann man gleich verkaufen gehen Leider nur 10 Oh, warum nur 10? Beeil dich, du fällst gleich tot um Wie kann man bei Sims bitte abschalten? Wie meinst du abschalten? Was geht so? Er, Sims spielen Ich muss 101.000 Simulions herbekommen, damit ich mir diese Geistervilla kaufen kann Äh, ich hab das neue Erweiterungspack und ich Hab keine paranormale Phänomene Ich muss in diesen Geisterhaus und ich hab das Geld nicht zum Einziehen Richtig doof Ja, wenn vorher mehr los war Wer schaltet bitte bei Sims ab? Äh, keine Ahnung Weiß ich nicht Gute Frage Komm schon, beeil dich Ich hoffe, wir können jetzt in Skulpturen mehr verdienen als mit Gemälde Ja, gibt 1000 Stunden Simulions zu harten, ist schon eine Aufgabe Aber ansonsten, Motherlord Nein, ich will nicht cheaten, weißt du Das will ich jetzt nicht unbedingt Komm, schau noch zu meinem Geld Dauert halt zwar Ja, nackt irgendwas machen kann man ja auch gut, ne? Wenn wir jetzt mit Skulpturen mehr Geld kriegen als mit Gemälde, werde ich nur Skulpturen machen So Skulptur 1 ist fertig 10 Oha, nur 10 Möbel herstellen Barhocker Ich hoffe, wir kriegen für Barhocker mehr, ja? Also, ehrlich Gutes Gut, Testbestand und Cheats braucht man im Sims auch nicht Solange man ne Straight hat Genau So sieht's aus Ich hoffe, ich krieg mit Barhocker mehr So, was kriegen wir für einen Barhocker? Hä? Wo bist du, Barhocker? Hä? Achso, warte Ey, mir ist doof Da ist mein Barhocker Nur 15 Oha, wie wenig Ey Pferdeskulptur Wie hier, man kriegt für Pferdeskulptur auch nur 10, ja? Da mach ich ja gar keinen Plus Macht er nur Minus? Eingehende SMS Eredubis möchte vorbeikommen Abhängen Äh, nein Ich brauch Geld Danach Tu mal kochen Komm Äh Zum Mittagessen Ich will Warum können wir keine Spaghetti machen? Warum? Kann man in Sims 4 eigentlich noch Gartenzwerge machen? Da gab es mal einen Trick, wie man mit Gartenzwergen relativ schnell Geld verdient Uff Ich weiß es gar nicht Hey, ich dachte, ich hab dich heraus Nicht eingeladen Egeiznummer Besuch Äh Die mit der Holzbearbeitung verbraucht Zeit hat sie wirklich ausgezahlt Sie im Inventar nach So, Pferdeskulptur Also, ich bin dann, wenn ich ehrlich bin Mit Gemälde verdient man mehr Mann Gehst du wieder? Ja, er geht wieder Ging früher über den Mechanikstil und die Zwerge wurden mehr wert Je höher der Skillware war Da waren die Zwerge teilweise mehr weit wie Gemälde und Skulpturen Echt? Oha So Wer hat meine Kuhpflanze eigentlich? Die braucht nichts Gut Danach gehen wir angeln Zusammen angeln mit Hallo? Wir gehen alleine angeln, nicht zusammen angeln Ja Ich krieg ja seine Fische auch nicht Warum bist du immer noch da? Hallo? Wer Warte War halt damals Zu Sims 2 bis 3 Zeiten Ich weiß nicht, ob in Sims 4 das geht Noch geht Ich weiß auch nicht Aber man kann Sunskulpturen machen Da sind es Zwerge Oha Der hat einfach keinen Bock auf mich 207 Äh 270 Yeah Und danach müssen wir noch graben Ich muss los Danke, dass du Zeit genommen hast Bitteschön So Oh, und dann schauen wir hier Ähm Das ist ja das Netzwerk Nein Kontakte Schatten So Hä, ich muss jetzt nicht graben Ah doch Oh Amy, das war ja so schlau von dir Nur ein Fisch Oh Mann Oh Mann So, bin aber mal wieder im Look Viel Spaß noch mit Zocken Ich schneide nachher noch mal rein Ja, mach das Viel Spaß Bei dem, was du machst Und danach tun wir noch mal Klassisches Gemälde malen Alabaster Juhu 25 Also das dauert ja echt lange Mit dem Geld Oh Mann Wir werden die Werkbank wieder verkaufen Weil die einfach nichts bringt Ja, sei anges... und müde Oha Das Mädel ist müde Und das muss man auch noch reparieren Ach Wieso machst du alles kaputt, Mädchen? Warum? Warum? Was gehen wir dafür? Oh, 280 Super Super, super, super Verwenden Brühstücken Arme Ritter Danach reparieren Danach Verkaufen Kuhpflanze Die braucht immer noch nichts Oha Die ist einfach wunschlos glücklich Die Kuhpflanze Fernsehen So Macht ihr was zu messen, Mädel? Macht ihr doch was zu messen? Und dann werden wir einen neuen Auftrag machen Heute ist Regen angesagt Aber wir werden, glaube ich, erst Sport machen Und danach... Okay, Aufträge können wir jetzt schon mal her tun Äh, 130 108 400 400 400 100 420 Also gut, wo war 415 Och, komm Bis wann? Bis Mittwoch Marketing Text schreiben Oh, je Das kann dauern Bis wir das Geld zusammen haben Ist richtig schlimm Machen wir ein bisschen schnell So, mit Kundenchatten Wir lernen es mit Kundenchatten Marketing schreiben So Wir haben Zeit bis Mittwoch Montag, Dienstag Oh Ich habe die dicke Post Oh nein Auch noch Rechnungen Schreiben Schreiben Zuerstaufgabe Erledigt Und danach Das ist das Gemälde So Angespannt Weil Musikmangel Ja, egal Ob du Musikmangel hast Oder nicht Sie ist wieder okay Super Level 7 Der Schreibfähigkeit erreicht Endlich 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 Gehnen Sit-Ups Hingestützen Energiegeladenes Training Ausdauerlauf Und verkaufen Wow, 300 So muss sein Danach gehen wir Schnell duschen Toilette Und Wann tun wir zu Abendessen Das Essen hat es jetzt Gar nicht angenommen Zu Abendessen Toil Okay Machen wir so Schmutzig Weil Hygiene niedrig Warst du nicht gerade Duschen Du meint Nachher Danach Nochmal duschen Es soll noch Zwei Stunden fehlen Super Und 20 Kuhpflanze Wie geht's dir? Braucht nichts Super Da bin ich glücklich Wenn meine Kuhpflanze Nichts braucht Sozial braucht's auch noch Kontakt Chatten Und danach Geh mal schlafen Oh, die schläft einfach mal fast den ganzen Tag Oh Gott Das wird was Das wird was Ja, schmutzig Du gehst doch auch gleich duschen, Mädchen Also sag nichts Sag also nichts Ja, sei toll Und geh duschen Du stinkst Geh duschen Ach, wir haben ja noch Weil, ach Gott Wir haben auch noch eine Rechnung Ah Da war ja was Oh, Mann Wir dürfen die Rechnung nachher nicht vergessen zu zahlen Das machen wir gleich noch dahin So Rechnung gezahlt Von 500 Das sind wohl jetzt Oh, Mann Ah, Mann Ah, Mann Da-dum, da-dum, da-dum Da-dum, da-dum Da-dum Wenn die einfach mal nackt zum Pizier läuft. Das ist einfach Hammer. Wir haben einfach mal schon 2 Uhr morgens, 3 Uhr morgens, oh je, die Arme, die wird kaputt sein. Das glaubt ihr mir nicht. Okay, wir schlafen. Geschlafen. Um 5 Uhr morgens, oh man. Tagesrhythmus ist voll kaputt. So, komm. Schlafen nicht bis 10 Uhr. Fernsehen. Wegen dem Wetter hab ich es mir einfach gar nicht ließen. Das ist richtig gut. Und den Kunden schicken. Ich hoffe, er ist begeistert. Abgenommen. Das ist genau das, was wir wollten. Super. Abnehmen lassen und abnehmen lassen. So, war Aufgabe erledigt. Super. Du tust auf Fernsehschauen, hallo? Und danach tun wir... Ähm... Einladen auf aktuellem Grundstück. Komm. Dann mal ein bisschen gute Laune und dann geht's weiter an die Arbeit. Einladung angenommen. Diese wird gleich da sein. Okay, super. Regen ist angesagt. Regen, Regen, Regen. So, sie ist da. Sie ist da. Ja. Herein bitten. Ärger Luft machen. Problem beschweren. Nachbar. Und danach wieder nach Hause schicken. Wir werden nach neuen Auftrag erstmal gucken. 200, 100, 200... Oh, 2300. Das hört sich schon mal gut an. 1000... Okay, 2700. Äh, 300. 200. Fantasy Roman schreiben. Oha. Freelancer mit Kunden chatten. Fantasy Roman. Fantasy. Und danach klassisches Gemälde malen. Und danach gehen wir... Guck, ganz ist alles gut. Guck, ganz ist alles gut. Nein. Gramm. Angeln gehen. So. In der Stadt findet das... Geekcon statt. Guck, nein. Sorry, nein. Bro. Leider nein. Das got it. Wir müssen Geld verdienen. Wir müssen Geld verdienen. Wir haben bis Freitag Zeit, ja. Und was man erst an einem Tag versuchen kann, ist alles gut. Gut. So. Mit Kunden chatten haben wir schon mal erledigt. Yay. Rektorin der Raben. Ja, so nennen wir das Buch. So. So, es scheint eine große Aufgabe zu sein. Wollt eine Wade beschäftigt sein? Warte, bevor wir das alles machen, geht sie dann auf die Toilette. Ähm. Angeln. Weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Ein Buch abnehmen lassen. Aha, die ist müde. Dann machen wir hier einfach schnelle Mahlzeit und danach schlafen. Oh, das sieht schön aus. Oh mein Gott. Wow. 350. Eine Zeitkapsel. Oh mein Gott. Das ist genau das, was wir suchten. Okay, super. So, dann haben wir Aufgabe erledigt. Schon mal 7000. Also, wir kommen langsam an das Geld ran. Langsam halt. Nur langsam. So. Danach. Aha. Nachts um 4. Ja, das ist schon eine gute Motivation. Frühstücken, arme Ritter. Jetzt haben wir einen Shop suchen. 1, 2, 1, 5. Wissenschaft. Wieso kann ich das nicht machen? Ich brauche jemanden, der über mich schreibt. Eine Art Biografie. Achso. 1, 4. Okay, hier. 2, 5. Bis Freitag. Okay. Das schaffen wir. Was macht das Wetter heute? Regen. Okay. So. Danach tun wir Freelancer Kunden chatten. Freelancer Buch schreiben. Was war das? Fantasy? Fantasy Roman. Okay. Freelancer Fantasy. Aggressiv. Danach. Klassisches Gemälde. Oh mein Gott, meine Kuh. Füttern. Streicheln. Spielen mit. Oh mein Gott, die ist schon voll riesig geworden. Oh mein Gott. So, eine neue Kuh. Richtig süß ist die. Danach rennen wir hier. Okay. Dann warten wir. So. Graben. Und. Okay, warte. Buch schreiben. Jetzt müssen wir nochmal alles löschen, nur weil sie auf die Toilette muss. Verwenden. Dann. Buch schreiben. Fantasy. Dann klassisches Gemälde. Dann. Füttern. Streicheln. Spielen. Und los geht die Fahrt. Und Kram. Ja. Und angeln. Aber oh mein Gott, jetzt ist meine Kuhpflanze riesig. Das ist voll süß. Angespannt, weil? Braucht Vergnügen. Du spielst gleich mit deiner Kuh. Also mit deiner Kuhpflanze. Das ist schon Vergnügen pur. So. So. Gut. Ein komplettes Buch geschrieben. Super. Super. Dann hier zum Kundenabnehmen schicken. Oha, das Gemälde. Oh mein Gott. Sieht. Boah. Hammer aus. Hey, hast du schon mit der Kuh gespielt? Ich soll schon mit der Kuh füttern. Ich soll schon mit der Kuh füttern. Ich habe mich nicht gefunden. Also angeln macht Spaß. Das ist gut, dass ihr Spaßfaktor hochgeht. So, aber jetzt drückst du Hunger, Mädchen. Mama, hast du vergessen, die Kuh zu füttern? Die lockt schon, die lockt schon Menschen an. Das ist gar nicht gut. 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 Ja. Haha. So schnell kann es gehen. So. Zu Abendessen. Dann. Danach gehen wir duschen. den Kunden abnehmen lassen. 22. Öffnen. Öffnen. 120. Gut. Gut, gut. 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 Und wohl was ist dreckig? Schmutz über Hygiene niedrig. Achso. Ich dachte schon, dass irgendwas dreckiges ist. Ah, die Kuh sieht so friedlich aus. Oh Mann. So eine süße Kuh. So, eine süße Kuh. Danach werden wir, äh, Fernsehen. So, mal ein bisschen schneller. Ja, komm. Da, 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 da. Die Kuh, wie die tanzt. Ah, so cool. Ohne wohl kalte Dusche entspricht nicht unserer Qualität. Ah. Nein. Oh nein. Was ist kaputt? Reparieren. Aufwischen. Verwenden. Und schlafen. Na, super. So. Freelancer. So. Ich kann nochmal was öffnen. 20 hoch. So. Passt. So, Laune ist gut. Fertig mit Fernsehschauen. Was macht die Kuh? Die ist zufrieden. Solange die Kuh zufrieden ist, bin ich auch zufrieden. So, sie hat Tuning-Teile erhalten. Yeah. He, he, he. Weg mit dir. Mann, die braucht wieder jemanden zum Tratschen. Oh Mann. So. So. Und ab ins Bettchen. So. So, 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 so. So. Oh. Ich würde dann hier jetzt den Stream beenden. Ich guck kurz. So. Wieso bin ich jetzt bei ihm im Stream reingekommen? Oh Mann. Einen Moment, Leute. So. Also ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn wir es jetzt nicht geschafft haben, in, ähm, in diesem Geisterhaus reinzukommen. Hey, schaffen wir das noch? Vielleicht gibt es einen kleinen Trick, dass man da sofort rein kann oder so. Also, ja, auf jeden Fall, vielen Dank fürs Vorbeischauen. Ich schicke euch zum lieben Abe. Okay.